oida was geht ab leute die mobelt hier mit einem kleinen update und erinnerung zu unserem online turnier dueling network turnier tbt3 das jetzt dann am sonntag den 9.8 stattfinden wird nicht vergessen gesponsert von gate to the games nochmal danke an die wie immer alle giggeln sind noch mal unten in den kommentaren damit ihr wisst wie das genau abläuft beziehungsweise auf unserer facebook seite einfach dort vorbeischauen und liken dann könnt ihr dort noch mal alles finden und dann auch auf dem laufenden bleiben dort wird halt auch immer alles gepostet die runden und so pairings und sowas und hat alle neuigkeiten und updates die das turnier betreffen ansonsten könnt ihr die pairings auch auf der challenge seite finden link ist unten in der überschreibung das sind noch nicht die richtigen endgültigen pairings ich mische das noch mal bevor es anfängt ihr sollt einfach nur drauf schauen und schauen ob ihr drauf seid oder ob ich euch vergessen habe oder sowas oder ihr euch gar nicht angemeldet habe oder falsch angemeldet habt könnt ihr das dort halt sehen dann haben wir noch einen kleinen bonus eine kleine ankündigung und zwar führen wir ab diesem turnier und dann für jedes turnier das wir veranstalten den top deck bonus ein wer sich mit pokern auskennt da gibt es ein bad beat bonus und wir führen halt bei unserem turnier jetzt im top deck bonus ein und zu gewinnen gibt es halt unseren tbt button oder unseren tbt token wie ihr wollt könnt ihr entscheiden und zwar ist der top deck bonus einfach das falls ihr getoppteckt werdet könnt ihr einfach ein screenshot machen auf dieses kamera ding rechts in der ecke also wenn ihr hart getoppteckt werdet könnt ihr einfach ein screenshot machen und uns ihn schicken und dann entscheiden wir losen wir aus zwischen allen teilnehmern immer ob das echt ein harter top deck war und dann könnt ihr halt eins von den zwei sachen gewinnen entweder unsere tbt tokens an denen wir noch arbeiten oder halt die buttons die wir von style buttons.de gesponsert bekommen haben link ist natürlich unten in der beschreibung wie immer ansonsten war es das eigentlich auch schon falls ihr irgendwelche fragen zu dem turnier habt einfach in die kommentare oder unsere facebook seite anschreiben und dann wünsche ich euch halt viel glück auf dem turnier wie immer liken subscriben kommentieren checkt unsere anderen videos ab checkt unsere sponsoren ab vor allem gate to the games danke an die für das turnier und an stylebuttons.de für die buttons und ciao